Mit deiner Frau nicht dringend, für ein gutes Bild würde ich mal, dass wir hier alle stehend auf dem Teig. Du möchtest ein sogenanntes Gruppenfoto machen? Genau, ein Puppenfoto, nein. Du hast doch mal heute gesagt, er hat direkt ein Autofeuer poliert und wusstest dann, dass du ein Hütepuppenfoto machen willst. Immer nur die besten. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Tschüss. Tschüss.